Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal und in diesem Video möchte ich dir ein paar kurze Impulse zu dem Thema Frieden in dir herstellen oder Frieden in dir finden mitgeben. Bevor wir ins Thema einsteigen, bitte ich dich meinen Kanal einfach zu abonnieren, wenn du kein Video hier mehr verpassen willst. In den letzten Wochen und Monaten sind viele Videos hier dazu gekommen und ich verspreche dir, dass ich das, was ich mit dir teile, immer aus vollem Herzen mit dir teile. Es geht nicht darum, eine komplette Lösung dir zu liefern und eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung, die vollständig ist, sondern immer wieder Impulse für Inspiration zu liefern. Und genau so heute zum heutigen Thema. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie kann ich das eigentlich schaffen, in so ein tiefes Gefühl von Frieden mit mir zu kommen. Nicht nur mit mir, sondern auch mit der Welt. Und vielleicht hast du dich auch in den letzten Wochen und Monaten gefragt, wie schaffen wir das eigentlich, ein friedvolleres Miteinander zu kreieren und weltweit auch für mehr Frieden zu sorgen. Und sicherlich sind dir dort auch Gedanken begegnet, vielleicht hast du sie gelesen und auch selber gedacht, dass wenn wir wollen, dass sich Frieden auf der Welt einstellt, in einem größeren Ausmaß, als dass wir das heute haben, dass wir zuerst bei uns selbst anfangen sollen. Und natürlich ist das der absolut richtige Schritt. Und gleichzeitig ist er manchmal auch etwas frustrierend, weil wir uns dann die Frage stellen, reicht das denn? Aber ich möchte dir ein bisschen helfen dabei, selbst wenn du sagst, ich will erstmal Friede bei mir herstellen und ich weiß nicht, ob das einen Effekt auf die Welt hat, aber das ist jetzt einfach mal dran. Dann möchte ich dir gerne dabei helfen, weil ich kenne diese Sehnsucht sehr gut nach innerer Ruhe und wirklich einem friedvollen Zustand mit mir selbst. Weil ich kann von mir aus oder von mir ganz persönlich sagen, dass ich ein sehr ambitioniertes und ehrgeiziges Leben gelebt habe und auch immer noch lebe. Damit wurde ich quasi schon geboren oder ich habe das in meiner Kindheit und Jugend schon so oft erfahren, dass ich, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann wollte ich es auch unbedingt erreichen. Und dann habe ich es so oft auch übertrieben, dass es mir Druck gemacht hat. Das kennst du vielleicht auch. Du willst ein Ziel erreichen, du willst etwas für dein Leben kreieren und erschaffen und du machst dir so viel Druck, dass es irgendwann eher zu einer Last wird, als dass es dir noch Freude bereitet. Und es wird irgendwann auch so zu einem Kampf. Und du wünschst dir nichts sehnlicher, als dass dieser Kampf mit dir selbst endlich aufhört. Und genau dazu möchte ich dich jetzt einladen, einmal folgende Dinge zu überprüfen. Wenn du in dir inneren Frieden aufbauen und herstellen willst, dann darfst du dir als allererstes einmal erlauben und dir den Raum nehmen, nach innen zu gehen. Also mal komplett jeden Input aus dem Außen auszuschalten. Und das gilt auch im Prinzip für diese Videos, die du hier gerade schaust, auch für dieses Video. Aber vielleicht machst du erst nach dem Video das Video aus und nimmst die Impulse noch mit, wenn du dann nach innen gehst. Denn es heißt ja deshalb innerer Frieden, weil der Frieden in deinem Inneren zu finden ist und nicht im Außen. Das heißt, du brauchst erstmal komplette Ruhe und auch einen Abstand von all den Einflüssen im Außen. Inneren Frieden findest du in der Stelle. Und der erste Impuls oder das, was du dann feststellen wirst, wenn du mal die Impulse von außen ausstellst und nach innen gehst, ist, dass es im Inneren gar nicht so ruhig ist. Sondern, dass da viele Dinge ablaufen. Dass da Gefühle da sind, denen du vielleicht lange keine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Dass da Gedanken da sind, die versuchen, dich aus der inneren Ruhe und aus der inneren Balance herauszubringen. Und genau deshalb ist es so wichtig, diesen Weg nach innen zu gehen und dich dem zu stellen. Weil diese Dinge sind ohnehin die ganze Zeit in dir. Du nimmst sie nur nicht so stark wahr, wenn du andauernd damit beschäftigt bist, dein Leben im Außen aufzubauen. Und wenn du dann anfängst, nach innen zu gehen, ist das Erste, was du dir anschauen kannst, eine gewisse Form von Selbstakzeptanz zu erforschen. Also wie kannst du es schaffen oder wo kannst du in dir eine Akzeptanz finden, die dir erlaubt, dass alles so sein darf, wie es ist. Dass du genau so okay und richtig bist, wie du bist. Und vielleicht stößt du da schon auf sehr, sehr viel Widerstand. Das kann auch gut sein, weil wir Verhaltensmuster in uns haben, Glaubenssätze in uns haben, die wir in unserem Leben gelernt haben, als Strategien zu überleben, als Schutzstrategien. Und die uns oft auf dem Weg in die Selbstakzeptanz im Wege stehen. Auf der anderen Seite ist es eine Entscheidung, die du für dich treffen kannst. Selbstakzeptanz führt uns direkt in die Selbstliebe. Wenn wir uns akzeptieren, wie wir sind und ohne den Willen uns zu verändern, um uns akzeptieren zu können, treten wir direkt in den wundervollen Zustand der Liebe ein. Selbstliebe. Und um diese Akzeptanz aufzubauen, darfst du dir vor allen Dingen die Dinge anschauen, vor denen du dich am meisten abwendest. Die Gefühle, die du am meisten in dir verurteilst, wenn du die anschaust, sie nachfühlst, wirst du auf der anderen Seite einen tiefen Frieden mit dir finden. Weil dann hört auf einmal die Verurteilung auf. Ja, du darfst Wut empfinden. Ja, du darfst Gedanken denken, die du gar nicht aussprechen magst. Ja, du darfst Hass empfinden. All die Dinge gehören zu dir. Und wenn du dir einen Rahmen schaffst, in diese Gefühle einzutauchen und auch diese Gedanken zu denken, nicht in ihnen verloren zu gehen, sondern sie wahrzunehmen aus einer Perspektive von Neugierde und Offenheit und dort durchgehst, es ist wie so ein Tor, durch das du durchgehst, ist auf der anderen Seite tiefer Friede für dich bereit. Und das erfordert viel Arbeit. Da kann dir Frustration begegnen. Da kann dir Widerstand und auch eine gewisse Form von Abneigung begegnen, weil du so sehr gelernt hast, dass Hass nicht in Ordnung ist, dass Wut nicht in Ordnung ist. Aber du darfst feststellen, dass wenn du diese Gefühle fühlst und du die Gefühle hast und nicht die Gefühle dich haben, dass du weiterhin im Bewusstsein bleibst und in Kontrolle bleibst. Und dadurch, durch dieses Gefühl durchgehen kannst und am anderen Ende so viel Friede findest. Wenn du in einen tiefen Frieden kommen willst, darfst du dich von deinen dunklen Seiten nicht abwenden. Dann darfst du sie dir anschauen. Und dazu möchte ich dich einladen. Vielleicht magst du das nicht alleine tun und dann lade ich dich ein, einfach Teil von unserer Community zu werden, Teil von unseren Programmen zu werden, wo wir genau das tun, dich dort durchzuführen, um dir eben dabei zu helfen, in diesen Frieden einzutauchen, in diese Balance einzutauchen. Aber dich deinem Schatten zu stellen und den Dingen zuzuwenden, vor denen du dich am meisten abwendest, das ist der Weg in deinen inneren Frieden. Und der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte heute in diesem kurzen Impuls hier in diesem Video ist, dass du durch diesen Weg nach innen, durch die Selbstakzeptanz, durch das Dich-Dir-Stellens, ich hoffe, das ist grammatikalisch richtig, deines größten Schattens oder deiner größten Schattenseiten, dass du dich in eine Selbstermächtigung bringst, dass du dir erlaubst, deine eigene Kraft und deine eigene Macht, deines ganzen Seins zu fühlen. Und die fühlen wir manchmal in der Dunkelheit, also in dem Moment, wo wir auch diese dunklen Energien und diese dunklen Gefühle nachfühlen, fühlen wir diese Kraft. Und dann haben wir Angst davor, was kann passieren, wenn diese Kraft nach außen geht? Du brauchst dir keine Gedanken darüber machen, wenn du aus der Liebe heraus diese Kraft einsetzt, setzt du sie für etwas Höheres ein, für die Liebe, für den anderen Menschen, für die Gemeinsamkeit und nicht gegen etwas, nicht gegen die Spaltung. Aus der Liebe heraus diese Kraft eingesetzt, führt dich komplett in dein wahres Sein, in deinen wahren Kern. Und dir diese Selbstermächtigung zu geben und zu erlauben, das kann auch kein anderer für dich tun. Deswegen heißt es ja Selbstermächtigung, also dich selbst in eine Macht bringen, dich selbst in eine Kraft, in eine Power bringen, die aber nicht nach außen ausgelegt ist oder darauf ausgelegt ist, Dinge zu erreichen, sondern die darauf auf gar nichts ausgelegt ist, sondern die einfach eine Quelle in dir ist, in die du eintreten kannst. Wenn du dir erlaubst, diese Macht in dir zuzulassen, diese Kraft in dir zuzulassen und das bringt dich in einen so tiefen Frieden. Ich habe mal dieses Beispiel gehört, wenn du eine Verteidigungssportart machst, einen Kampfsport machst. Die meisten Kampfsportarten sind nicht darauf ausgelegt, wirklich in den Kampf zu gehen, sondern sie sind darauf ausgelegt, dich bereit zu machen, wenn ein Kampf kommt, dass du vorbereitet bist. Und die Erfahrung zeigt, je ausgebildeter du bist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass du in einen Kampf kommst. Wenn du dir erlaubst, diese Kraft und diese Macht in dir zu fühlen, bist du vorbereitet, wenn du sie brauchst. Und zwar nicht gegen einen Menschen, das hat nichts mit Kämpfen zu tun, sondern um für dich einzustehen, um für eine größere Sache einzustehen, um für dein Licht einzustehen. Was auch immer es ist, was dich dann erwartet, weil du Teil von einer großen Sache bist. Und das schafft dir so viel innere Ruhe, diese Kraft zu fühlen, das ist einfach wundervoll. Okay, ich will nochmal kurz zusammenfassen, also es geht bei dem Weg nach innen oder bei dem Erfahren deines inneren Friedens, Aufbauen deines inneren Friedens darum, dich nach innen zu wenden, in eine Selbstakzeptanz zu kommen, dich den Dingen und den Anteilen von dir zuzuwenden, von denen du dich am meisten abwendest und dir schlussendlich dann zu erlauben, in eine Selbstermächtigung zu kommen. Und wenn dir das alles zu theoretisch ist und du noch gar nicht so richtig den Anknüpfungspunkt hast, dann schreib mir doch unter dem Video einfach deine konkrete Frage und dann werde ich zu deinen Fragen nochmal konkreter darauf eingehen. Und wenn du mehr wissen willst, wie das funktioniert, dann melde dich einfach bei uns und vereinbare ein Beratungsgespräch, wo wir mal mit dir reinschauen können, was ist bei dir gerade deine Situation? Warum gelingt es dir nicht, in diesen tiefen Frieden zu kommen und in eine Selbst- oder in eine Balance zu kommen mit dir, in eine Selbstakzeptanz? Und dann schauen wir, wie wir dich auf deinem Weg weiter begleiten können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Lass mir auf jeden Fall einen Kommentar da und wenn du magst, schau dir noch direkt ein nächstes Video an, vielleicht sogar auch zu dem Thema, was dir dabei hilft, weiter deinen Weg zu gehen. Schön, dass du hier bist und wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020